Das war schon hart. Also das war nicht ohne, da sind auf jeden Fall auch einige Tränen geflossen. Wir haben immer gesagt, so Eimer möchten wir auf jeden Fall nochmal zusammenspielen. Und ja, jetzt stehen wir zusammen beim BVB. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, zur Rückrunde dabei zu sein. Wir haben kurz drüber gesprochen, ich hätte es aber trotzdem nicht abgelehnt. Ich habe auch dankend abgelehnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Rabenloh. Die Saison 2022-23, sie ist in den Büchern und wir wollen heute auf die Saison zurück und aber auch nach vorne blicken. Das machen wir zusammen mit Ann-Kathrin Lau von der Ersten und Anna Schönbeck aus der Zweiten Mannschaft. Schön, dass ihr heute hier seid. Danke. Anka, ungeschlagene Bezirksligameisterinnen, den Kreispokal verteidigt, Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen, im Westfalen-Pokal-Viertelfinale knapp die Sensation gegen VfL Bochum, den Regionalligisten verpasst. Wie fällt dein Saisonfazit aus? Du hast ja schon alles genannt. Das sind ja nur die Fakten, aber es ist ein bisschen mehr. Unterm Strich haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Du hast schon angesprochen mit Bochum, knappes Ding, aber letztendlich, denke ich, geht das Ergebnis dann auch in Ordnung. War noch eine Nummer zu groß? Noch. Wir kommen wieder. Ansonsten hervorragende Saison. Ich finde, man sieht, dass wir uns gut entwickelt haben, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Passt alles, würde ich sagen. Anna, auch ihr seid überlegene Kreismeisterin geworden. Also sagenhafte 246 Tore in der gesamten Saison erzielt, sportlich nur drei kassiert. Also ich glaube, über die Qualität der Mannschaft brauchen wir uns gar nicht lange unterhalten. Auch ihr seid ja ähnlich wie die ersten im letzten Jahr neu zusammengestellt worden. Aber ich habe auch das Gefühl, der ist so ein richtig eingeschworener, verschworener Haufen entstanden. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich habe es auch schon der Mannschaft gesagt, dass ich einfach unfassbar stolz bin, wie die Saison halt abgelaufen ist. Wir haben jedes Ziel, was gesetzt wurde, erreicht. Wie du schon sagst, wir sind super als Team zusammengewachsen bei so einem bunten Haufen, will ich mal sagen. Und ja, also ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. Und ich bin einfach unfassbar stolz und dann auch noch dankbar, die Mannschaft als Kapitän halt aufs Feld führen zu dürfen. Oder also ich fand schon echt eine geile Saison. Eine Spielerin der zweiten Mannschaft, die könnt ihr übrigens noch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar die Torhüterin Irina Hischenko. Wir haben ein Porträt erstellt über die Ukrainerin, in der sie erstmals über die dramatische Flucht vorm Krieg spricht. Sagt, warum sie von der rhythmischen Sportgymnastik zum Fußball gewechselt ist. Und wie wohl sie sich hier in der BVB-Familie fühlt. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, könnt ihr sehen bei BVB TV und YouTube. Anna hatte auch einen Gastauftritt. Samstag, da gab es dann noch eine große Saisonabschlussfeier im Stadion. Und Anka, in dem Zuge wurden auch einige Spielerinnen verabschiedet, mit denen du jetzt den Weg schon seit zwei Jahren gegangen bist. Die nächste Saison nicht mehr da sein werden. Wie emotional war dieser Abschied, auch in dem Wissen, dass ihr ja alle wirklich Berustinnen von tiefstem Herzen seid? Das war schon hart. Also das war nicht ohne. Da sind auf jeden Fall auch einige Tränen geflossen. Ich glaube, so ganz bewusst ist es einem noch nicht. Es wird dann erst klar, wenn sie wirklich auch in der Kabine fehlen, ab Sommer. Ja, ich glaube, da werden wir alle ein bisschen dran zu knabbern haben. Weil menschlich fällt da schon sehr, sehr viel weg. Aber ich freue mich natürlich auch auf die neuen Spielerinnen. Dennoch muss man erst mal verdauen, was wir jetzt für einen Umbruch dann haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Und jetzt wird es weiterhin nicht einfach für dich. Auch diese Sendung, da müssen wir auch mal kritisch sein. Ich wusste, dass es kommt. In einem Interview mit Schwarz-Gelb vor der Saison, da hast du vorhergesagt, dass du deutlich mehr Tore schießen wirst. Ja, deutlich habe ich nicht mehr. Okay, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall warst du schon selbstbewusst, dass du mehr schießen wirst. Ja. Die Faktenlage jetzt zum Ende ist eine andere. Sie hat dreimal so viele erzielt wie du. Berühmte Frage, woran hat er dir gelegen? Hast du unter- oder sie überperformt? Wahrscheinlich beides vor dem Tor. Aber ich wusste nicht, dass sie tatsächlich so viele Tore schießen kann. Letzte Saison hat sie als Sechser oder Zehner gespielt. Nee, als Sechser oder Stürmer sogar. Und hat dabei zehn Buden gemacht. Ich dachte, jetzt rutschte noch mal eine Position nach hinten. Ja, falsch gedacht. Aber ich freue mich natürlich über jedes Tor, was sie macht. War aber überrascht, dass ich fast nach jedem Spiel ihren Namen in der Torschützenliste lesen konnte. Respekt. Ich werde es nicht nochmal sagen. Selbstüberrasch gewesen? Ja, definitiv. Keine Ahnung, scheinbar hat mir einfach die Distanz gelegen, wie man vielleicht gesehen hat. Ja, jeden Freischuss sich geschnappt und hat in den Giebel gerechnet. Ja, aber habe ich nicht mit gerechnet. Nein, definitiv nicht. Aber ich freue mich natürlich. Sehr schön. Anna, vielleicht müssen wir den Zuschauern auch nochmal erzählen, warum ihr beide hier auch gemeinsam seid, warum ihr so eine enge Verbindung habt. Weiß vielleicht nicht jeder. Ihr kennt euch schon sehr, sehr lange und das auch weit vor der BVB-Zeit. Erzähl doch mal. Ich glaube, es war 2009. Da bin ich nach Drolshagen gegangen. Da hat Anka ja schon vorher ihr Leben lang gespielt. Ich bin 2009 dazugekommen. Da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Dann haben wir im TFZ sogar zusammengespielt. Und selbst nach einigen Jahren, ich glaube 2015, bin ich dann wieder nach Drolshagen gegangen. Da haben sich unsere Wege dann nochmal gekreuzt. Und ja, wir haben immer gesagt, so einmal möchten wir auf jeden Fall nochmal zusammenspielen. Und ja, jetzt stehen wir zusammen beim BVB. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Vorher aber Stichwort Drolshagen. Die spielen in der Landesliga. In die Liga seid ihr jetzt aufgestiegen. Und Anka, ich könnte mir vor allem bei dir vorstellen, dass diese beiden Spiele, vor allem das in Drolshagen, eines der emotionalen Höhepunkte der kommenden Saison werden dürfte, oder? Ich freue mich schon drauf. Also erstmal ein schönes Heimspiel. Ich habe zwei Minuten zum Sportplatz von meiner Wohnung aus. Ja, ich freue mich, die Mädels wiederzusehen. Unser Testspiel in Drolshagen ist ja dezent ins Wasser gefallen. Im Basel des Wortes. Boah, Wahnsinn. Es hat so geschüttet. Das war richtiges Sauerländerwetter. Ich hoffe, Drolshagen wird uns diesmal ein bisschen anders empfangen. Aber ich freue mich riesig. Und jetzt, Anna, ihr seid in die Bezirksliga aufgestiegen. Für dich heißt es aber Landesliga. Denn du wirst in die erste Mannschaft hochgezogen. Traurigerweise, muss man so sagen, liegt bei dir Freude und Leid sehr, sehr eng beieinander. Denn du hast dir im letzten Saisonspiel wirklich kurz vor Abpfiff einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie schwer war oder wie schwer ist es auch noch, das zu verarbeiten, zu akzeptieren? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter? Ja, es war wirklich verdammt schwer. Ich meine, in dem Moment, als ich auf dem Platz lag, ich wusste, okay, das war es jetzt. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Ich habe es einfach gemerkt und dachte, das kann nicht wahr sein. Letztes Spiel. Ich glaube, auch noch in den letzten zwei, drei Minuten vielleicht. Und es war unfassbar ärgerlich. Ja, also zu akzeptieren, es fällt mir nicht sehr leicht. Also ich bin auf einem guten Weg, nach vorne zu schauen. Ich meine, am 15. habe ich auch die OP, Gott sei Dank, schon. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Schritt, der wichtig ist und wo ich dann nach vorne blicken kann, wo ich weiß, okay, jetzt geht es bergauf. Und ja, dann mal schauen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, zur Rückrunde dabei zu sein und dann Vollgas zu geben und hoffentlich stärker zurückzukommen, als ich aufgehört habe. Drücken wir auf jeden Fall jetzt schon die Daumen und Anka, dieser große Traum, den ihr beide habt, mal zusammen für den BVB auf dem Rasen zu stehen, der muss jetzt noch ein bisschen warten. Vor zwei Jahren habt ihr euch schon auch gemeinsam beworben. Ich glaube sogar, dass Anna die treibende Kraft damals war in diesen Bewerbungsvideos. Da bist du nur eingeladen worden, genommen worden und jetzt ist dieser Traum plötzlich zum Greifen nah und plötzlich dann doch wieder so weit weg. Wie sehr leidest du da auch mit? Ich war Montag nicht selber beim Spiel, als es passiert ist, habe aber direkt wirklich fünf, sechs Nachrichten von Zuschauern oder von meinen Mitspielerinnen bekommen, dass sie sich verletzt hat. Und da war mir auch direkt klar, wenn sie auf dem Boden liegt, dann ist da auch was. Ich kenne uns ja jetzt schon ein bisschen und ich dachte direkt, das kann jetzt nicht sein, weil dieser Zeitpunkt halt, wie du schon sagst, kurz davor, endlich zusammenzuspielen. Aber dadurch, dass wir uns auch so lange kennen, weiß ich, sie wird auf jeden Fall zurückkommen und dann wieder voll angreifen. Ich denke mir auch, da sind wir uns ganz sicher und noch so schöner und noch emotional wird es dann, wenn es so weit ist. Und es wird dieser Tag kommen, wo ihr beide zusammen auf dem Platz steht und dann die große, entscheidende, letzte Frage. Mit welchen Rückennummern? Aktuell habt ihr beide die 13, aber irgendwas sagt mir, Anna, dass du diejenige sein wirst, die eine andere Nummer trägt. Auf jeden Fall. Ich meine, Anka war zuerst in der Mannschaft, sie wird auf jeden Fall die 13 behalten. Und das Ding ist auch, ich kenne Anka mit keiner anderen Nummer. Für mich ist aktuell 13. Wobei, ich habe dich gefragt, ob du die haben möchtest. Das stimmt, du hast mich gefragt, aber... Wir haben kurz drüber gesprochen. Ich hätte es aber trotzdem nicht abgelehnt. Ich habe auch dankend abgelehnt. Also ich kenne Anka mit keiner anderen Nummer. Ich meine, ich hatte schon viele andere Nummern auch, aber Borussia Dortmund war für mich die 13, hatte eine Bedeutung auch. Aber ich habe kein Problem damit, eine andere Nummer zu wählen. Hast du schon eine andere gewählt? Darfst du das schon sagen? Ich habe auf jeden Fall einen Wunsch geäußert. Es steht noch nicht ganz fest. Mal schauen, was bei rumkommt. Soll ja auch spannend bleiben, über die Sommerpause. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Sommerpause noch ein Stück weit für uns verschoben habt, dass ihr heute hier wart. Alles, alles Gute, vor allem dir natürlich, Anna. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen wieder. Wir verabschieden uns jetzt noch mit den schönsten Toren der Spielzeit beider Mannschaften. Das war es für die Saison 2022-23. Tschüss, macht's gut. Heya BVB. Das war ja auch für die Saison 2022-3. Tschüss, macht's gut. Das war ja auch für die Saison 2022-23. Das war ja auch für die Saison 2022-23. Viel dich gut! ên Mitt usw tired. Jubel von schenyfertigen Science. Musik Musik Musik